Heute ist der 20.09. Es ist kurz nach sieben oder kurz vor sieben. Wir sind jetzt am Weg zu Mackie, weil sie nichts gegen einen McDoast hätte und ich hätte auch nichts gegen einen McMuffin. Und dann geht es in die Arbeit. Also Mackie ist wirklich elendig teuer geworden, wenn man jetzt für vier kleinere Sachen sieben Euro zahlt. Puh, wenigstens gibt es den Klimabonus. Ja und dann werden wir meine Freundinnen abholen. Dann werden wir zur Mackie fahren und das Menü uns holen. Und wenn ich das ein bisschen herzeigefelle, schaut sicher ganz gut aus. Ich hoffe der Mackie in Eisenstadt hat das. Ich bin nicht der halt Arsch. Aber egal. Ich hoffe der hat es. Spannend. Wenn du nachdenkst, nicht sofort auf nein drückst. Der Scheiß ist bestellt. 9,90 Euro. Bist du ready? Freust du dich? Ich nehme das als Ja. Da haben wir es. Du darfst das Zeug dann mitnehmen. Heb dir den Becher. Der ist sicher irgendwann was wert. Ja, oder? Der Ausspülen. Die Box auch. Die ist sicher irgendwann was wert. Wollen wir auch noch oder was? Mhm. Richtig gut? Nach der Mackie halt. Nur weil es auf der Kamera drauf ist. Vielleicht hat er reingewickelt. Oha, die Soße hat eine eigene Farbe. Schau mal. Das ist Freytip. Okay und wie schmeckt dir der Raff Burger so? Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe zwei Pommes gegessen. Achso. Und das Ding ist, das ist ein spezieller Raff Burger. Okay, wir haben das Menü jetzt gegessen. Wie fandest du es? Aber die Box ist cool. Normaler Preis viel zu überteuert. Ja, wann hat die den Gutschein für ein Zehn? Ja, also ich habe sie jetzt zum Auto gebracht. Das Mäcki Menü wurde verspeist. Also ich bin ehrlich, ich habe mir ein wenig mehr erwartet in dem Sinne von ich hätte gerne einen Burger gehabt. Oder wie die Lia gesagt hat bei Mäcki, das habe ich leider nicht gefilmt, ein Burger mit schwarzem Brot oder irgendwas in die Richtung, dass es ein bisschen spannender ist. Aber ich finde die Idee dahinter ganz cool und die Box schaut halt nice aus. Und jetzt treffe ich mich mit dem Patrick und chill ein bisschen bei ihm. Und danach geht es eh wieder zum... Geht es dann auch wieder zum Mäcki, weil ich will das Menü auch probieren. Sobald wir da fertig sind, fahre ich dann nach Hause, werde das Video schneiden und gehe ich ins Gym. Und dann wird die InfoSpeed kompetiert. Man muss sich genau so reinstellen, dass vorne und hinten keiner sonst stinken. Nur so stellt man sich hinten backwärts. Und wo sind wir jetzt? Mäcki. Schon wieder. Es wird so blau, Leute. Okay. Am Ende einfach. Jetzt bin ich am Heimweg und werde das Video schneiden. Das ist eh schon wieder 19.40 Uhr. Also das Video kommt eh wieder verspätet, aber das juckt mich jetzt in dem Fall nicht. Ich werde das schneiden. Ich werde es rändern und hochladen. Und wenn es hochgladet ist, gehe ich ins Gym. Dann zurück ans Wiederschneiden für morgen und ja, beziehungsweise, ich glaube ich werde das anders machen. Ja doch, ich werde es Wiederschneiden für morgen und dann werde ich zocken und am Ende pennen gehen. Okay. Also das Video ist jetzt online. Kaffee wurde geäxt, der restliche. Jetzt gehe ich ins Gym. Kaffee Kaffee Bis zum nächsten Mal. Abgeduscht und spiel das noch ein bisschen Need for Speed und dann werde ich penning gehen. Morgen muss ich ein bisschen mehr erledigen als heute. Wir sehen uns.